Servus, ich zeige dir heute meine Routine, die ich eigentlich immer vorm Springen mache. Geht aber genauso gut vor jedem anderen Wintersport. Es geht darum, die Muskeln zu aktivieren, sich ein bisschen zu stretchen, um einfach geschmeidig zu sein. Los geht's! Wir starten mit Kniebeugen. Die könnt ihr ganz ohne die Bänder mit einfach einem Stock in den Händen über dem Kopf machen. Ich nutze hier dieses Loopband um die Knie und das Stretchband an den Armen. Damit einfach der seitliche Stretch auch noch da ist. Das ist eine fortgeschrittenere Variante. Wie gesagt, einfach auf die Sauberkeit, wenn ihr das nur mit Stab macht. Auch da achten, dass es einfach tief genug geht, die Ferse am Boden bleibt und die Hände schön hinterm Kopf. Dann die Side-Steps, die aktivieren wirklich die seitliche Muskulatur. Gerade auch im Gesäßbereich. Da erst mal gern ohne dieses Band. Und später, wenn ihr mehr wollt, dann ein härteres Band oder überhaupt ein Band nehmen. Genau, dann geht's weiter mit der Hüftmobilität. Da machen wir eine Vorbeuge, wandern vor, um dann im Ausfallstritt zu landen. Hier drehen wir uns dann dynamisch vom Unterarm, vom Boden starten, dann seitlich nach oben weg. Das ist super für die Mobilität in der Brustwirbelsäule und dehnt dabei gleich den Hüftbeuger. Jetzt noch mit leichten Bewegungen dynamisch den Hüftbeuger dehnen. Erst quasi im Ausfallschritt, dann richten wir uns auf und dann die Hände über den Kopf nehmen, um da wirklich ganz tief in den Stretch zu gehen. Und da ein bisschen wohlfühlen, rechts, links, wo ihr den meisten Zug spürt. Und in der Position können wir dann auch super noch den anschließenden Oberschenkel, Vorderseite dehnen, aktivieren. Da auch gern aktiv das Bein hinten hochziehen und da auch gern ein Kissen unter das Knie legen, weil das ja oft sehr schmerzhaft sein kann, je nachdem, was ihr für eine Matte oder einen Untergrund habt. Wie gesagt, da mit den Händen nachhelfen, aber auch aktiv ziehen. Und genau das Gleiche dann mit der Hüftenmobilität auf der anderen Seite. Da einfach mit den leichten Bewegungen sich da tief rein in die Dehnung spüren. Wieder schauen, wo ist der Zug am meisten. Da ein bisschen rechts, links spüren. Genau, und dann gehen wir da auch wieder ganz tief, quasi zwischen oder neben das Knie richtig, um dann abschließend auch wieder dieses dynamische Brustöffnen von der Brustwirbelsäule über diese Verdrehung zu machen. Dann sind wir bei den Plank-Variationen. Hier ganz normale Plank, auch schon völlig genug. Wenn ihr das schafft, dann einfach auch einfach nur Beine oder nur Arme. Ich mache hier schon unten die ganz fortgeschrittene. Oder wenn ihr dann ja auch die Knie ablegen. Also da einfach auch kreativ sein, wie ihr es braucht, wo ihr sagt, da fühlt ihr euch nun wohl. Es soll aktivieren, es soll nicht komplett ermüden, da einfach zu schauen, auf welchem Levelstand seid ihr heute gerade. Dann quasi legen wir uns wieder hin und kümmern uns um unsere Wirbelsäule. Da einfach, ja, mit dieser Übung aus dem Yoga über dem Kopf da einfach auch euch rein. Ihr müsst nicht gleich hinten ankommen, sondern da geht es wirklich um sachte erstmal die Wirbelsäule zu stretchen und da einfach so weit zu gehen, wie ihr das heute drin habt. Dann diese Verdrehung, wo man das Knie über das andere Bein legt und dann auch schön die Brust öffnen kann. Auch mit ein bisschen Dynamik drin, wo dann einfach es nicht zu statisch wird. Wirklich super Mobilität in die Brustwirbelsäule kommt. Das ist auch eine Problemzone von mir, gerade von vielen Laufen. Deswegen ist diese Übung in der Kombination mit dem verdrehten Bein und oben dann die Öffnung von Brustmuskulatur super gut. Dann einfach nochmal Mobilität, aber ein bisschen Kräftigung drin, wenn wir hier quasi die Knie zusammen haben und dann von rechts nach links führen. Oberkörper wirklich sauber auf den Boden lassen und dann rechts und links mobilisiert. Und ja, kräftig auch ein bisschen die seitlichen Muskulaturen oder aktiviert diese. Dann gehen wir zur Brücke. Das auch wieder, wie schon bei den anderen Übungen, auch gerne erstmal ohne das Loopband. Und auch die Hände müssen nicht gleich nach oben in den Himmel zeigen, sondern da erstmal auch gerne nebendran. Und dann einfach das Becken anheben, dass ihr eine gerade Linie seid. Erstmal euch da stabilisieren, dann könnt ihr das eine oder andere Bein entweder ausstrecken, leicht anheben. Wie gesagt, da sind auch viele Variationen, gerade nach dem Stand, wie ihr euch heute fühlt. Da mache auch ich nicht immer jeden Tag die schwersten Übungen. Jetzt drehen wir uns auf die Seite, um nochmal wirklich die seitliche Muskulatur und gerade die im Gesäßbereich zu aktivieren. Das ist quasi die Knie auseinanderziehen. Da ist schon das Band gut, um da einfach einen Gegendruck zu haben. Aber da auch, wie gesagt, es gibt ja die unterschiedlichen Härten der Bänder. Da auch gerne mit dem leichten Anfangen. Aber das ist wirklich für mich eine super Übung, um die Gesäßmuskulatur, die erstaunlich viel beim Sprung benutzt wird, einfach auch gezielt zum Aktivieren. Dann nehmen wir das Stretchband her, legen uns wieder auf den Rücken und dann die klassische, den Hamstring Stretch, das Bein anziehen. Dann müsst ihr nicht gleich das Band nehmen und schaut einfach, dass das Bein gestreckt ist. Es muss nicht im 90 Grad Winkel sein und nicht sofort 100%ig durchgestreckt. Einfach euch da auch rantasten. Ich flex die Füße immer, weil das auch ganz wichtig ist für den Skisprungbereich. Das ist natürlich auch nochmal eine Ausbaustufe, weil dann noch mehr Zug auf die Hamstring, auf die ganze Beinrückseite kommt. Da auch gerne mit dem Band dynamisch arbeiten, aber immer, wie ihr euch gut fühlt, nie in irgendeinen Schmerz rein arbeiten. Dann die Core-Aktivierungsübung, die ist auch nochmal wichtig, um wirklich zum Spüren die Stabilität. Da sich einfach so leicht einrollen, wieder die Knie ans Kinn und dann ausstrecken, aber nie ablegen. Das ist für mich sehr wichtig, wie ihr es jetzt auch am Ende seht, für die Flughaltung, für die Flugposition. Da mache ich quasi eine umgekehrte Flugposition und ja, spannt wirklich den Core super an. Dann nochmal die Adduktoren mit dem Schmetterling, dem Butterfly, da wirklich für mich gut nochmal zum Reinfühlen. Der untere Rücken, aber vor allem die Adduktoren, wie die geschmeidig werden. Da kann man auch wieder ein bisschen hin und her wippen und sich da schön reinsetzen. Das gleiche jetzt nochmal quasi in der sitzenden Grätsche, ein Bein aufgestellt und das dann in der dynamischen Bewegung nach außen fallen lassen. Dann nochmal eine dynamischere Variante von den Adduktoren. Jetzt auch die ist auch super wichtig. Ich habe einen kurzen Oberkörper und da schön tief in die Hocke zum kommen, muss ich da meinen unteren Rücken wirklich mobilisieren, dass ich schön tiefer reinkomme in die Hocposition und da hilft mir diese Sequenz da in der sitzenden Grätsche. Super, nach vorne zu kommen, die beiden Beine zu berühren, dann auch ein bisschen die seitliche Oberkörpermuskulatur zu stretchen. Und genau dieses, sag ich, Propierlähmchen, wo ich habe, ende ich dann nochmal mit diesem sitzenden oder mit diesem tiefen Sitz. Und dann geht es nochmal in den herabschauenden Hund, das ist auch nochmal wirklich zum sich reinfühlen. Nochmal die Hamstrings, nochmal den Rücken und dann stehe ich auf und bin meistens fit für den Sprung. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß!